Wir brauchen eine Weiterentwicklung des europäischen Sozialstaatsmodells. Wir brauchen mehr soziale Sicherheiten für Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen Abrüstung statt Aufrüstung. Wir brauchen wirkliche Taten für eine vernünftige Klimapolitik. Und nicht zuletzt brauchen wir in Europa mehr direkte Demokratie. Nicht die Regierenden allein, sondern Bürgerinnen und Bürger sollen wichtige Entscheidungen der europäischen Entwicklung mitentscheiden können. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie zur Wahl gehen. Gehen Sie zur Wahl, wählen Sie die Linke, denn die tritt für diese Grundfragen ein.